ja er der hier ist eine spielbäude Fakon ist dass sie gerade mit uns als passen ja willkommen zu einem kleinen video und zwar zu gut zwei sauer braten oder kub zwei sauer braten also wir nennen sie mal cube sauer braten und ok im spiel geht es darum helfen zu sagen und das spiel ist viel zu laut auf verdammt 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 er hat genauer aus und sie sind auf dem Aufmerksamkeit er war bei Wartow das ist ein kostenloses spiel es gibt irgendwie schon gefühlte Jahre irgendwie das ist schon was soll ich schon ewig alt auf jeden Fall wird's also setzte Update war letztes Jahr wobei denn zu Fräumeinbrüche hier oah oah alter ähm auf jeden Fall ist das hier eigentlich ein ziemlich schnelles spiel ja man kann hier hüppen mit diesem bekloppt da und kann hier boah alle die Famer Brüche machen mich hier gerade so kirre ich kann so nicht spielen hallo Alter ich hab ja noch nicht mal was gekillt hier perfekt und eigentlich bin ich gut aber ich kann nicht gut sein wenn es hier so mega black ist ist. Das ist ja so erbärmlich gerade. Guck mal, da ist ein... Boah, dieser Camper, das sind, das sind die Leute, die immer die Kills abzwacken lassen. Das sind solche behinderten Menschen. Da guckt der schon wieder. Und warte, hier kommt gleich auch noch irgendeiner. Da hinten war einer, den jagt ich jetzt auf jeden Fall. Ja, guck, der hat mich eine verfolgt. Der jagt den jetzt. Der war kein Enemy. Und wir haben verloren. Ja, das Spiel ist ziemlich interessant. Also, es gibt da wirklich den größten Scheiß. Es gibt hier so verdammt viele Server. Server, die immer hier sind. Sour League, die gibt es auch schon verdammt lange. Racing League, okay. Wir spielen jetzt mal Capture the Flag CTF. Guck mal, hier leckt es nicht. Ich muss wohl an der Map gelegen haben. Boah, alle die Leute sind aber auch gefallen. Gut, hier. Ich hab mir letztes Mal wieder eingespielt gegen den Bot. Ich hab ein Skillniss noch hochgeschraubt bei dem Ding. Und... Oh, den hätte ich kriegen können, wenn der Wichser sich nicht geportet hätte. Die Leute sind down. Oh, du bist weg. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, Mann, die Leute sind immer so schnell. Ist der Hammer. Das ist der Hammer, der Hammer. Ja. Ja. Und ich glaub, seit letztem Jahr wird auch nicht mehr entwickelt, irgendwie. Also, das Spiel wird irgendwie noch weiterentwickelt, was ziemlich bescheuert ist. Ja. Nicht mit mir. Und da haben sie gewonnen. Ja, wir gehen hier die ganze Zeit in den Runden rein, die die ganze Zeit sehr schnell wieder enden hier. Man hört's auch, ich bin krank. Äh. Äh. Hier sind irgendwie grad gar keine Leute drauf. Insta-Leap. Machen wir mal hier. Ich hatte auch mal meinen eigenen Server irgendwann mal. Was ziemlich chillig war. Ah, die shit, ey. Alter, guck mal, wie ich abgehe hier. Verreckt du Gesicht. Scheiße. Haben wir grad den Kegel klaut. Okay, dann nimm halt mal eine andere Map. Wahrscheinlich wollen die einfach nicht, dass ich gut bin hier. Ich hab das Spiel sehr lange gespielt, auf jeden Fall. Also, ich weiß, wie man schießt. Der Insecret-Modus ist auf jeden Fall einer der geilsten Modus, die es eigentlich gibt. Das ist sozusagen der schnelle Skill-Modus. Du hast, äh, ein Sniper-Gewehr oder ein Jagd-Gewehr jetzt in dem Fall. Und mit dem musst du halt, musst du in dem Modus und der Insecret heißt ja in Skil-Geb. Und da musst du dich einmal treffen und der Typ ist direkt down. Und, ja, da geht's halt darum, Skills zu überbeißen. Das kannst du halt auch nur, wenn du beskilled bist. Und ich treff grad wieder nix. Es gibt doch eine Story in dem Spiel. Äh, das hätte man jetzt nicht eine wirkliche Story, aber so ein paar Missionen gibt's tatsächlich. Und die sind eigentlich ziemlich witzig gemacht. Boah, Junge, jetzt werd ich aber hart genommen, ey. Äh, äh. Ey, du Gesicht. Also, ich nehm gerne Mr. Fixit. Also, es gibt ja auch verschiedene Skins hier. What the ffff. Guck. Ey, plus, 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 oh man, wie scheiße ich bin. Also, direkt ner Headshot hier. Noch ner Headshot. Oh. Eigentlich, ich, ich hätte heute Schule gehabt, aber ich hab keine Schule, weil ich so mega im Arsch bin. Trotzdem kann ich natürlich zocken. Oh, fuck. Aber ich fühl mich so kaputt. Ich kann sie nicht spielen, äh, in der Schule. Also, Spawn Camper hier. Es lagts schon wieder, wie behindert. Nein. Ja, what the fff ist das denn? Pisser, ey. Oh. Ah, es ist scheiße. Ah, ja. Man kann auch eigene Maps bauen in dem Spiel. Das ist auch ziemlich, ja. Ey, dieser blöde Pisser, ey. Den kill ich hier noch weg, ey. Äh, du gehst ja nicht hoch. Wenn du hochgehen darfst, dann bleib ich Bescheid, ja. Oh, Gott. Ha! Ich bin verdammt gut, ey. Ah, verdammt. Oh, Gott. Aber es gibt natürlich nicht nur die Waffen hier, es gibt natürlich auch andere. Oh, was ein Nubi. Ja, what the fff? Hä, wo sind die alle hin? Das ist einer. Ja, du fickst mich jetzt nicht weg. Ja, genau. Ja, komm, jagt mich doch. Das ist scheiße. Lol, er hat mich getötet, während ich im Flug war. Bam. Oh, leid. Die Kerle sind so behindert. Ah, kein Double-Kill. Schade. Na. Mein Skill verlässt mich hier gerade. Wow. Ja, sicher. Was ein Hurensohn, man. Äh, also, ne. Äh, das Spiel macht auf jeden Fall Fun. Jetzt wechselt der schon wieder die Map alle, weil der einfach nur Scheiße ist. Meine Herren, du Leute, jetzt beruhigt euch mal. Geht mal anständig zocken hier. Was auch ziemlich geil ist, du konntest, oder du kannst, ähm, cheaten, indem du Maps veränderst. Das ist echt, das ist abnormal, das ist echt abnormal. Und manche Server merken das und blockieren dich dann automatisch, weil du ne veränderte Map hast. Ähm. Aber, aber, aber das ist, das, das gab's auch mal so ne Zeit lang, hab ich, das hab ich mal ausprobiert, das ist echt so. Du kannst im Editier-Modus, das kommt ja schon wieder, das ist so ein Penner. Ähm, da hat jemand Löcher in die Wand drüber, hat sich da immer reingestellt. Und dann konnte der die Leute aus der Wand raus töten, ihn, die anderen aber ihn nicht. Oh, in der Nase. Ähm, die anderen konnten ihn nicht töten, das zeig ich vielleicht einmal. Wie lange haben wir denn jetzt schon? Acht Minuten, boah. Acht Minuten Instagip, gute Nacht. Jo, plus. Jetzt darf ich auch mal Das selte Style Die wäre fuckt so mega ab hier Nur muss man einfach ruhig bleiben Und einfach zielen Aber ich bin der Der hat sich ich habe mir den Skill so trainiert Dass ich meine Waffe so mega schnell verzieh und dann abdrehen kann Das hat ziemlich gut damals passiert Die Idee das habe ich gemeint Er scheint auf jeden Fall müssen sie es gilt zu sein Ha Double 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 Das ist immer Double Double Weil zwei Leute gleichzeitig sich gegenwärtig abschießen Also der Person 1 trifft Person 2 und Person 2 trifft Person 2 Hey den habe ich noch getroffen Das ist immer Pass auf Nein 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 wie viel denn noch Oh Gott Junge Junge Oh Jetzt werde ich hier angerufen Oh fuck Bitch Ehh 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 Ja genau Ich habe es angenommen hier Es ist wieder mal der Doppel Ehh 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 Ja Cube 2 Sauerbraten So heißt das Spiel Das heißt Und das sind glaube ich Amerikan- Lol da ist gerade eine Geläfte wer nicht ihn töten sollte Ist auf jeden Fall voll das Killer Spiel hier Wow Ich habe ihn gerade getötet Ich habe ihn getötet Ich habe ihn getötet Oh Mann ey Ich kann einfach nicht in die Schule Es ist so unmöglich Wieso? Was ist los? Ich bin krank, hörst du es nicht? Doch Warte Gott, ich bin krank Ehh Ola Ach freck jetzt Vor allem Die, die Typen die den Server hier gerade betreiben Oder was auch immer Die wechseln ständig die Map bevor die, bevor das Spiel überhaupt vorbei ist Einfach weil Ich meistens das Erste bin ne Ich bin gerade dritter Und hol aber gerade ziemlich hart auf 19 Kills gegen 23 Beide haben sich gerade totgestellt LOL Er ist gerade irgendwie gespawned What the fuck Boah stirb Stirb, 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 stirb es wird nicht gebotet die Zeit es wird sie wieder auf der Pläne sie sind Katzen wieder von vor das ist ein oder es bleibt schon wieder wie behindert was los alle 8 20 Kills gegen 22 22 20 Prozent also in dem Spiel können man einzuwerken sowieso Weltmeisterschaften draus machen wer den Geizensgeld hat hier Junge ich hab grad irgendwie so ein Sohn so ein Sohn weil ich hab grad voll den Super Lauf hier jetzt hängt es wieder mega zu lecken ich weiß nicht warum das eine die ganze Zeit auf K die Scheiße hat sich in meiner Unterhose festgelegt ich hab mich grad hinter den geschenken Jo ich zieh mich hier grad um Alter iiiiiiii Life in den Farben Life in den Farben ja komm noch drei Kills dann hab ich den blöden Piss was aufgeholt boah viel Blut hier auch ist ey Zeitverschiebung in Schwarz-Weiß Entschuldigung was 5 Stunden Zeitverschiebung in Schwarz-Weiß Jo Ey Nudels Hier fang Nudels ist ein Hund Ja genau wir haben wieder ein Double Double gemacht Hihii Ich hab gestern übrigens grad jetzt auf der Galaxy angeguckt weißt du und der geilste Schauspieler ist natürlich Batista Jo man Alter wie Batista einfach die ganze Zeit wie der aussieht vor allem oder welche Person der halt spielt das passt einfach so mega einfach so ein muskelgepackten Typ der seine Familie verloren hat Jo vor allem ich hab mir ich hab während dem Film immer so gedacht boah gleich kommt die Batista-Bomb ey ist fast behindert gewesen während in so einem geilen Film einfach so Batista-Bomb wenn man vor wie geil ist wäre einfach mal einen Film zu drehen wo nur Wrestling vor kommt Alter Waa Wie hieß der jetzt wieder? Maa Irgendwas Wiese Tim Wiese Ach Oh Wolf Oh Letztisch alloy das lag so unglaublich Was ist hier los ey What is hier los ey Der Huber Khan ist der Bache runter Waken comedogs Sicht Lo Чтобы in SPO Aber ich komme an diesen Pingeste ran noch ein Kill Ja Erster Platz Erster Platz Mann Erster Platz Bester Lauf meines Lebens ich bin am gewinnen muss er zwei Minuten 40 durchhalten dann habe ich das Spiel gewonnen alter der kriegt hier nicht mehr der Wichser jo ich lieg drei kills vorne drei kills okay zwei kills ich verreckt gerade wieder viel zu oft immer weiter töten immer weiter alles alles abschießen was hier geht ey immer weiter abschießen immer weiter abschießen wo das neue Leiche geflogen ich hab mir gerade eigentlich in Deutschland gesagt ich hab hier beide Hälfte aber ich stehe anders von Hause glaube ich und wie liegt Deutsch heute eigentlich Deutsch? ja und wie so was ist mit Deutsch wegen dem Online-Ding da wie eine Stoffsammlung ja irgendwie hat es doch keiner gecheckt Alter das hat zehn Leute hatten hatten es nicht ja holy fuck Alter zum Glück war ich nicht da ey ey Ding ne ich hatte ja heute mein Spielpreis verraten und wir haben es nicht weh übrigens zurückgekommen oh nö ich hab's verpasst wir hatten heute GSE ja ooooh ist die Boba raus? was? ist die Kurzboba raus? ja ooooh ich hab's verpasst nein der Typ hat mich wieder überholt der Wichser ok ich hab also zwei nice weißt du was ich hab? ich muss mal sagen der Schulz gell bei dem steht zwei auf dem Blatt und der hat 21 Punkte es sind die zwei aber erst bei 21,5 Punkten dieser Wichser Alter dieser blöde Wichser fixe also ich mein den Schulz gerade Alter was ein Gesicht ey was ein Gesicht ich hab heute Referat wo meine Augen die flimmern grad zu mega weil hier alles in Längen ist ich hab den Referat heute immer mit Philipp wie lief's tut mich gut nein nice boah ich krieg hier grad solche nein ich höre es auf ey mir reicht's ja Leute vielen Dank für so schon ich hab keinen Bock mehr mehr wir flimmer die Augen tschüss